Also ist die Frage wie wir das machen Ich brauche jetzt hier erstmal von dem hier Oh Gott, wie machen wir das jetzt? Wie weit weg kann ich eigentlich stehen und... Kann ich hier stehen und... Fuck! Das heißt, wenn wir das mal bis hier Okay Und auf welche Höhe? Äh, auf... Der hier... What? Das muss aber oben sein Kann ich da hin? Jawohl Wunderbar Kann ich nämlich da noch... Die herstlichen Kisten anbringen Wenn man nicht zu dumm ist Dann hat es gerade geschält Okay, ich mach mal kurz... Eine kleine Aufnahmepause Weil ich glaub da unten hat es geschaltet an meiner Tür Und du bist gleich Ja, hab ich doch richtig gehört Ja, hab ich doch richtig gehört War der Postbohr, der hat dein Päckchen Auf mein Fuddy abgegeben Ähm... So... Lass mich mal kurz... Letter... Telefon... Äh... So... Jetzt hab ich hier noch so schöne Pringles Von Gürschturm Mmmh... So... Wie machen wir das? Mit dem Aufgang... Ich produziere hier erstmal ein paar Slabs Ich produziere hier erstmal ein paar Slabs Ich produziere hier erstmal ein paar Slabs So... Nein... Mhhh... Das kommt weg... Ich mach jetzt einfach mal ein Dreier Das sind Dreier um... äh... Dreier Gang Einmal außen rum Hier war noch mehr... So... Äh... Fuck... Fick dich so scheiße... Das ist ja so... Und jetzt... Haben wir das schon mal? Jetzt ist die Frage... Wie ich das mach... Mit dem Aufgang... Boah... Keine Ahnung... Hallo Brings, Plagmaller. Äh. Hmm. Ich habe hier 15. 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50. 50, 50, 50, 40, 40, 40. Also sind jetzt mal allein an der Wand. Und sind jetzt schon mal mehr als wir unten haben. Okay, das ist gut. Jetzt überlege ich gerade noch, wie ich das in der Mitte mache. So, mindestens zwei frei. So. Ja. Gut. Gut. Und dann bauen wir. Am besten. Boah, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Das ist... Das ist... Das ist nicht symmetrisch. Das kann ich mir mal für den Arsch legen. Ja, doch, ich meinte, das ist symmetrisch. Habe ich noch? Ja. Ja. Es wird... Ohne Scheiß jetzt. Fick dich. Ganz ohne Kack. So. So. Kann ich mich mal... So. Aber wie machen wir das jetzt? So. 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 Habe ich das vergessen? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nein, warum mache ich das so? Es muss soo, dann kommt das weg Und dann kommt es so Geht es jetzt eigentlich, dass ich hier auch nochmal einen Aufgang mache? Oh, das würde gehen, nein das geht nicht So, 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 so in oben ist es mal Passt eigentlich, wunderbar So Ja, muss offen bleiben Ähm Kraft im Kabel Bitte einmal danke Danke